ME Solshare bietet Kleinverdienern in ländlichen Gebieten Bangladeschs eine Plattform für den nachhaltigen und erschwinglichen Zugang zu Elektrizität. Das Smart PVDC Village Microgrid in Shariadpur ist das weltweit erste Peer-to-Peer-Netzwerk, das Stromsharing zwischen privaten Solaranlagen ermöglicht. Bidirektionale Zähler erlauben es den Nutzern, Strom über das Netz zu verkaufen und zu beziehen. Haushalte, die über keine eigene Solaranlage verfügen, können nun Strom von ihren Nachbarn kaufen. Der Ausbau der Solarenergie senkt den Verbrauch an fossilen Brennstoffen und verbessert den Zugang der Dorfbewohner zu Energie. Die Jury beschreibt diesen lokalen Markt für Solarstrom als ein starkes Konzept und als spannend. Der dezentralisierte Bottom-up-Ansatz bietet eine bessere Stromversorgung durch nachhaltiges schrittweises Wachstum eines durch Angebot und Nachfrage gesteuerten Systems. Das völlig neue Geschäftsmodell ist einfach auf andere Dörfer übertragbar. Das� behalf des Seitertdale von Relax. Das�öche sind einfach auf andere Dörfer übertragbar, Herr Solsthock ins Zombietat,